wie gut kannst du dich an deine träume erinnern und wie klar verstehst du ihre botschaft möchtest du dass sich da etwas ändert und hast du lust mit mir gemeinsam ein traumspiel praktikum zu machen dann freue ich mich auf dich und lade dich herzlich ein klick auf den link unterhalb von diesem video sei dabei und lass dir erklären wie du deine träume besser erinnerst aber dann auch besser verstehst um sie für deine bewusstseinserweiterung und persönlichkeitsentfaltung zu nützen ich freue mich auf dich